Na Jungs, wer dicke Fische fangen will, braucht bitte Tinte auf den Füller. Und wir lassen uns hier gut gehen, damit wir Energie tanken für den nächsten Drill da draußen. Und wir lassen uns hier auf den Füller. Und wir lassen uns hier auf den Füller. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, hier heißt es jetzt ausladen, alles hochschleppen und den Platz aufbauen. Untertitelung. BR 2018 Bevor ich meine Köder auslege, schaue ich mir das Ufer, welches ich beangeln möchte, also die Steinpackung, von der Wasserseite mit dem Schlauchboot sehr genau an. Beobachte genau die Wasserverhältnisse, beobachte genau, wo sich das Wasserfleisch etwas bricht, wo sich die Strömung ändert, suche mir die Plätze, wo später mein Köder liegen soll und setze dann die Umlenker am Ufer ein. Untertitelung. BR 2018 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 Ein wunderschönen guten Morgen, Jungs. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Wir grüßen euch hier live aus Italien. Die Long Ranger kreicht im Hintergrund. Ludwig drillt sich seinem Big One entgegen. Absoluter Wahnsinn, was hier in der Packung abläuft. Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, es ist gut. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Jungs, das ist ein 100kg Monster. Das ist ein richtiges 100kg. Guckt euch das Ding an. Das gibt es doch gar nicht. Alter, der passt kaum ins Schlauchboot. Perfekt ausgebogene Haken. Die perfekte U-Pose. Und der nächste Fisch über 100kg im Boot. Jungs, der Schwanz ist immer noch im Wasser. Hier kommt der Rest. Wahnsinn, Wahnsinn! Leck mich aber auch scheinefette Sau. Brutal. Brutal. Ich bin fertig. Petri Langer. Danke Stefan. Absolut geil. Absolut geil. Musik. 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 Wir haben allen Grund zu feiern. Ihr wart vorhin dabei mit Ludwig auf dem Boot. Der Wahnsinns Fisch. Und beim Reihenziehen ins Schlauchboot habe ich gewusst, das ist eine 100kg Röhre. Aber 262 ist, das ist Endgegnerkategorie, das ist Wahnsinn. Das ist der zweitgrößte Fisch, den ich in meinem Leben mit als Guide fangen durfte. 2,65 ist mein Rekord. Und ich bin seit 20 Jahren am Wasser. 200 Nächte jedes Jahr. Also das ist hier wirklich was ganz, ganz Besonderes. 2,62 ist die Ansage. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Musik. Ein Traum wird wahr. 2,62 Meter. 125 Kilo. Ludwig Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Fisch of Life. Danke Stefan. Das ist der absolute Wahnsinn, der absolute Brüller. Der Drill vom Schlauchboot war der Hammer. Herr Fisch hat uns, oder besser gesagt, dir so eingeschenkt. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass alles gut geht. Und wir sind einfach nur mega happy, dass wir diesen König des Flusses hier fangen durften. Geil, schlag ein mein Freund, Petri. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt bringt man wieder zurück in sein Element. Fisch ist wahrscheinlich in unserem Alter. Das sind so wirklich die, denke ich, momentan mit das Größte, was man in den Gewässern Europas fangen kann. Also ab 2,60 Meter wird die Luft wirklich richtig dünn. Und dann auch in dem Gewicht. Da liegt natürlich unser Augenmerk darauf, dass die Fische keinen Schaden nehmen. Der hat schon so viel erlebt, so viel überlebt. So, ciao. Danke. Der ist Stefan. Danke. Brutal ist die. Und jetzt? Schauen wir jetzt. Gut wieder raus, oder? Ja. Weiter geht's.